Ja hallo, da sind wir wieder mit der wöchentlichen Aufnahme. Ja, unser Eusebius hat letzte Woche wieder einen Rückfall bekommen. Scheinbar handelt es sich um ein chronisches Verdauungsproblem. Er hat es auch stark abgenommen. Er ist wieder bei 158 Gramm. Wir haben wieder angefangen mit einer Antibiotika und Pilzmedikation. Es geht natürlich zwei Tage, bis das alles wirkt. Ich hoffe, dass wir ihn wieder hinbekommen. Ich sehe es ein bisschen optimistisch, weil man hört ja, er hat Leben in sich. Freier kann er noch gut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Eusebius. Ansonsten, ja, zu der Entwicklung wäre noch zu sagen. Man sieht natürlich die grünen Federn. Die sind natürlich jetzt mehr rausgekommen aus der Kiele. Er hat schon wesentlich mehr bekommen seit letzter Woche. Er ist natürlich zurückgeblieben. Das kann man sagen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Eusebius. Tschüss.